Ein Video von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck geht zurzeit viral. Es stammt von einem Pressegespräch im brandenburgischen Schloss Messeberg in Gransee. Deutschland sei im Moment nicht abhängig von russischen Gaslieferungen, unterstrich Habeck dort. Anschließend wurden seine Ausführungen skurril. Völlig russlandfrei dürfte das Gas dennoch nicht sein, wie der Vizekanzler dann einräumte. Entsprechend sind wir im Moment nicht abhängig von russischen Gaslieferungen. Es mag sein, dass über die LNG-Terminals der Nachbarstaaten, über die ja Gasmengen kommen, russische Moleküle in dem Gasmix sind. Das ist weder zu kontrollieren noch auszuschließen. Die deutschen Unternehmen kaufen aber kein LNG-Gas bei russischen Unternehmen oder in Russland ein. Insofern wäre es eine leicht zu ersetzende Molekülbestandteil des Gases. Also im Prinzip sind wir unabhängig von russischem Gas. Es mag sein, dass über die LNG-Terminals der Nachbarstaaten, über die ja Gasmengen kommen, russische Moleküle in einem Gasmix sind. Das ist weder zu kontrollieren noch auszuschließen. Die deutschen Unternehmen kaufen aber kein LNG-Gas bei russischen Unternehmen oder in Russland ein. Insofern wäre es ein leicht zu ersetzender Molekülbestandteil des Gases. Moleküle sind wie Atome elementare Bausteine der Chemie. Sie sind ununterscheidbar, ohne Identität und ohne Nationalität. Russische Moleküle gibt es genauso wenig wie deutsche. Insofern kann man tatsächlich hier nichts kontrollieren oder ausschließen. Vermutlich dürfte der deutsche Wirtschaftsminister kleine Mengen russischen Gases gemeint haben, sich dabei aber mehr als ungeschickt ausgedrückt haben. Der Spott auf Twitter ist enorm. Brisant, die EU-Nachbarländer, von denen Deutschland unter anderem Gas bezieht, haben die Einkäufe russischen LNGs gegenüber dem Jahr 2021 um 21 Prozent erhöht. In Summe kaufte die EU 2022 also mehr russisches LNG-Gas als zuvor. Für die naturwissenschaftlich Interessierten letztlich ist die Rede von russischen Molekülen ähnlich absurd wie das Warnen vor Atomstrom. Strom ist Strom, woraus auch immer er gewonnen wurde. Auch zwischen Strom, der durch Wasserkraft entsteht, und solchem, der mit Kohlekraftwerken hergestellt wird, kann sinnvollerweise nicht unterschieden werden. Das hält freilich speziell grüne Politiker nicht davon ab, vor Atomstrom ebenso gerne zu warnen wie vor russischen Molekülen.